Juli C. Spieltrieb, Monolog der Ava Zu den Ereignissen, die beginnend mit Freitag, den 12. März 2004, sich bis zu dem Augenblick hier und jetzt erstreckt haben, kann ich Folgendes sagen. Sie müssen wissen, dass ich die Kunst des Davonlaufens pflege, wann immer es Anlass dazu gibt. Und das bedeutet fast täglich. Ich möchte Ihnen weiters mitteilen, dass Herr Smutek niemals eine Respektsperson für mich gewesen ist, schon gar nicht den Geistesfragen. Und falls Sie fragen wollen, ob ich in Ihnen verliebt gewesen sei, die Antwort ist Nein. Herr Smutek war auch nicht der erste Gast in meinem Unterleib. Ich hatte keine Angst. Mir tat nichts weh. Es bereitete mir kein Vergnügen. Vielmehr beobachtete ich mit Interesse, wie Herr Smutek den Geschlechtsakt auf Erwachsenenart an mir vollzog. Erlauben Sie mir für einen Moment als ein Wir zu sprechen? Vielleicht als literarisches? Als das Wir eines überindividuellen Zusammenhangs? Als Wir in der Rolle eines Prototyps? Danke. Auf dem Gebiet des Seelischen gibt es nichts, das ein Psychologe den Vertretern meiner Generation mehr erzählen könnte. Wir kennen Traumata, wissen was Projektionen, Minderwertigkeitsgefühle und Schuldkomplexe sind. Wir haben Psychologie heute gelesen und können das Borderline-Syndrom genauso erklären, wie die vier Kategorien der Angst und die möglichen Ursachen von Magersucht. Wir sind überzeugt, dass mehr als ein Elternteil zum Erhalt des Wohlbefindens nicht erforderlich ist. Unsere Eltern haben uns als Sinn ihres gemeinsamen Lebens erschaffen und brauchen zur Scheidung das Leiden der Kinder als Beweis der Gültigkeit der gescheiterten Glücksvorstellung. Nur, was ist der Wert einer Familie, wenn es niemandem mehr wehtut, dass sie zerbricht? Ich habe deshalb keinen seelischen Defekt, und damit auch kein Problem. Glauben Sie mir. Glauben Sie mir, dass ich mich für meine eigene Seele ebenso wenig interessiere wie für Ihre. Ich glaube nicht einmal an Ihre Existenz. Und wenn ich schon so im Erläutern und Erklären drin bin, hier haben Sie die Antwort auf die Frage nach der inneren Verfasstheit des Opfers. Was mich vom Tier unterscheidet, ist meine relativ gesehen beträchtliche Intelligenz. Ich brauche keine Seele. Und das, woran ich Schaden nehmen könnte, gibt es nicht. Es ist einfach nicht vorhanden. Der langen Rede kurzer Sinn, was auf den ersten Freitagnachmittag mit Herrn Smutek folgte, war die bislang schönste Zeit meines Lebens. Das kam auch für mich unerwartet, denn man erwartet zwar manches im Leben und es mag schon sein, dass wir noch immer das Glück erwarten, wenn es aber zu uns kommt, dann immer unerwartet. Das ist eine Binsenweisheit und ich will mich und Sie damit nicht länger langweilen. Sagen Sie bitte nichts. Nicht jetzt. Sie sitzen heute über eine Gruppe glücklicher Menschen zu Gericht. Wir sind glücklich und wir sind müde. Und wissen Sie, was wir wollen? Nein, unsere Ruhe. Ruhe von all ihren kleinkrämerischen Reklementierungen. Wir passen nicht mehr zu diesem Staat. Wir sind diesem System vorausgeeilt und stehen außerhalb. Nein, das hat auch nichts mit dem romantischen Begriff Anarchie zu tun. Ich schildere Ihnen nur meine spezielle Müdigkeit, die mich befällt, wenn ich mir anhören muss, was gut und böse, richtig und falsch sei, obwohl mir kein Mensch mehr die Grundlagen für diese Entscheidung nennen kann. Fixt du mich jetzt?